In diesem Video zeige ich dir, was der Profit Faktor ist. Was ist der Profit Faktor? Der Profit Faktor ist, eine mathematische Formel, ein Kernparameter der Strategie. Nicht, wie so oft, ist das nur die Gewinnrate, sondern vielmehr auch das Zusammenspiel zwischen Gewinnrate und Chance-Risiko-Verhältnis, wie du in einer Sekunde sehen wirst. Wie sieht also jetzt die Formel aus? Wir haben auf der linken Seite jetzt hier die absolute Anzahl der Gewinner geteilt durch die absolute Anzahl der Verlierer. Dann multiplizieren wir diesen ganzen Term mit dem durchschnittlichen Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust. Das können einmal Euro, US-Dollar oder Pip-Werte sein. Wenn wir das Ganze ausgerechnet haben, hier ein Beispiel, auf der linken Seite habe ich in diesem Beispiel 94 Mal gewonnen, ich habe 85 Mal verloren, ich habe auf der rechten Seite einen durchschnittlichen Pip-Gewinn gehabt von 52,08 Pips und einen durchschnittlichen Pip-Verlust von 32,14. Wenn wir das Ganze ausrechnen, erhalten wir einen Profitfaktor von 1,79. Und hier sehen wir auch schon mal, dass es vielleicht doch gar nicht so wichtig ist, wie häufig wir gewinnen. Wir sehen, ich gewinne nur ungefähr 52%. Das bekommen wir raus, wenn wir mit der linken Seite arbeiten würden. Was heißt jetzt 1,79? Hier habe ich dir jetzt mal ein Beispiel mitgebracht aus meinem persönlichen Trading. Das sind alles echte Trades. Das ist ein Signal, was ich handele und wir sehen es auf der x-Achse abgezeichnet in Wochen. Das ganze Signal erstreckt sich jetzt über 59 Wochen. Damit habe ich 2015 angefangen und auf der y-Achse sehen wir den Pip-Wert. Das ist kein Dollarwert, das ist kein Eurowert. Das sind einfach nur die Punkte, die mich hier erst mal interessieren. Und wir sehen erst mal eins, dass ich mit dem Profitfaktor von 1,79 schon mal sehr erfolgreich handeln kann. Was sehen wir noch? Ich habe da mal so einen Durchschnitt reingelegt und wir sehen auch, dass die Volatilität des Systems, der Drawdowns und der neuen Hochs, eine ganz kleine Variante um diesen Durchschnitt haben. Und das genau möchte ich sehen. Ich möchte nicht sehen, dass ich maximal irgendwie steige und starke Drawdowns habe. Nein, ich möchte sehen, dass ich ein konstantes Wachstum innerhalb meines Kontos sehe. Wie können wir das also nun zusammenfassen? Was ist die Aussagekraft des Profitfaktors? Sobald der Profitfaktor also größer 1 ist, habe ich ein profitables System. Ist der Profitfaktor gleich 1, heißt das, dass ich 1 Euro oder 1 Pip riskiere, um 1 Pip zu machen. Letztendlich mache ich dann nichts anderes als Geld wechseln und wir wissen, wir müssen die Kommission letztendlich auch noch abziehen. Die sind hier natürlich gar nicht mit bei. Dementsprechend ist ein Profitfaktor von 1 ohnehin schon mal nicht zu empfehlen. Und es wäre dann nicht nur plus minus 0, nein, es wäre dann einfach Minus Kommission. Dementsprechend brauchen wir einen Profitfaktor, der größer als 1 ist. Wie groß das dann ist, das musst du für dich testen. Hier möchte ich dir auch noch einen kurzen Hinweis geben. Genau zu dem Thema habe ich jetzt in der vergangenen Woche schon ein sehr gutes Video gemacht, wo du einfach mal siehst, wie unterschiedliche Profitfaktoren unterschiedliche Ergebnisse erzielen und wie die Varianz innerhalb eines Systems mit dem gleichen Profitfaktor aussehen kann. Also das ist unbedingt mal ein Klick wert und das musst du dir anschauen, weil beides zusammen gibt dir wirklich die Grundlage für deine weiteren Tests. Hier ist ein weiteres Beispiel, wie wir uns den Profitfaktor wirklich vorstellen können. Du kennst sicherlich noch diese Automaten, die es in Kinos gibt. Du wirfst einen Euro rein, 50 Cent, was auch immer. Es kommt ein Lutscher raus. Das Ganze stellen wir uns jetzt einfach mal vor wie eine Geldmaschine. Du weißt, dein Profitfaktor 1,79, wie in diesem Fall. Rechnen wir mal mit 1,5 oder mit 2. Du wirfst also einen Euro rein und es kommt jetzt statt einen Lutscher 1,50 Euro raus. Eine ziemlich coole Maschine, oder? Also was machst du? Solange du weißt, dass du diese Nische besetzt hast, dass dieser eine Automat genau das diese ganze Zeit macht, dann wirfst du einen Euro rein, einen Euro rein, einen Euro rein, solange bis das System nicht mehr funktioniert. Was du aber wissen musst ist, dass es funktioniert. Sonst würdest du dein Geld verlieren. Und genauso gehen wir manchmal in die Märkte und wir wissen gar nicht, welchen Profitfaktor haben wir wirklich. Das nochmal abschließend dazu. Sollst du noch Fragen haben, ganz einfach hier in die Kommentare reinschreiben. Wir beantworten das schnellstmöglich. Und vielleicht ist es sogar so eine interessante Frage für alle, dass wir einfach ein neues Video daraus machen können. Wer weiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du einfach mal bei uns auf der Internetseite ogtpartners.com vorbeigehst. Geh auf unsere Facebook-Seite facebook.com slash ogtpartners. Gib uns einen Daumen. Wir würden uns riesig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende. Und Tschüss.